Guten Morgen und zurück auf unserer Farm. So, was gibt es hier? Sprössling. Sieht aus, als wärst du jetzt bereit dafür, dass hier ist der Basisspringler. Platziere ihn auf dem Feld und erwässert einige deiner Feldfrüchte. Und das Beste daran, du kannst du viele davon fertigen, wie du willst. Vorausgesetzt, du hast die Materialien. Okay, super. Schauen wir mal, wie das da funktioniert. Und was für ein Bereich, das er da nimmt. Was nimmt mehr? Einen größeren Bereich nimmt der gar nicht. Ah, den kann ich doch gar nicht herstellen. Na, ich will da ernten. Da brauchen wir dann einen, den nehmen wir dann gleich mit. Die ganzen Kisten werden wir alle mitnehmen. So, springt ja. Ah, jetzt tu ich den da wieder weg. So, wo kann ich den jetzt hin platzieren? Wo bist du? Da. Den tun wir mal weg. 700 haben wir, okay. Da können wir uns dann schon wieder was kaufen. Aber da muss auch irgendwas frei sein, gell? Und das kann ich den gar nicht hinsetzen. Wie soll das funktionieren? So, so her. Na, viel übernimmt er nicht. So, die Gießkarne da. Da braucht man noch einige. Da muss ich meine Felder auch ein bisschen kleiner machen wahrscheinlich. Und mitten eine Stelle. Sprinkler. Also, das ist die Vogelscheuche. Da ist nichts drinnen. Aha, gießen. Da werde ich meine Felder kleiner machen. Wenn das alles fertig ist, dass wir die dann in die Mitten einstellen können. Und da. Madonna. Nur wie das da funktioniert. Achso, ich bin wieder kein Wasser. So. Und wie er gießt die dann? Okay, mein Baum. Okay. Achso. Da muss man vier Felder gießen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber das werden wir auch noch rausfinden. So. Jetzt schauen wir dann. Einmal mit den Kisten. Die Kartoffeln lasse ich gleich herinnen. Weil die braucht einer. Da haben wir eine Kartoffeln. Die kann man ja. Nein, das ist Silber. Die verkaufe ich nicht. Eine. Die tun wir wieder weg. Die Kisten. Die können wir ins Museum haben. Die können wir spenden. Die brauchen wir auch noch eine. Okay. Jetzt losen wir dabei. So. Dann haben wir da drüben Kartoffeln in Silber. Ah, den habe ich schon. Egal. Losen wir es. Da brauchen wir eine. Ich kann mir spenden. Das können wir ausspenden. Das können wir verschenken. So. Jetzt schauen wir mal. Wo bringt uns er überall hin? Da rauf zum Tempel. Und da rauf. Weiter bringt er uns noch gar nicht. Okay. Dann müssen wir halt laufen. 8,50. So. Den hier. Ah. Ah ja, den habe ich eh mit. Dann machen wir den mal da hinten. Da viere. Okay. Schauen wir mal. Ach. Fangen wir irgendwas. So. Gehen wir mal ins Museum. Ich kann kaum glauben, wie wunderschön die Stadt geworden ist. Okay. Kommt mir vor, als wäre sie erst gestern noch einfach nur ein winziger Ort mitten im nirgendwo gewesen gewesen. Geschenk geben? Ja. Was ist denn das? Etwas für mich? Das weiß ich sehr zu schätzen. So. Wer bist du? Du kriegst da eine. Weil wir schon dabei sind. Die Alice. Es ist so cool. Danke. Ah, bitte. Wer ist sie? Der Oliver ist das. Ist das für mich? Ich habe nicht einmal Geburtstag. Danke. Ja, man muss ja nicht immer Geburtstag haben, oder? Wenn man was geschenkt kriegt. Das ist schick. Danke. Mrs. Lyra. Also, das sind Kinder. Ah, das ist ja wurscht. Valentina. Vielen Dank. Das sind Kinder. Wer ist sie? Die Brüe. Ja. Oh, wie großzügig. Vielen Dank. Ah, zwei Hauwina. So, jetzt gehen wir mal da rein. Ins Museum. Schauen wir mal, was wir spenden können. So. Ah, Gegenstand später. Ist er da? Da haben wir einen Nachgang. Okay. Zurück. So. Gehen wir wieder? So, jetzt schauen wir. Ah, die Kisten. Und das habe ich alles vergessen. Na, brav. Da will ich ja gar nicht offen. Ich wollte zum Sam. Kann man die pflanzen? Also, der Sam ist da drüben. Den kann man dann auch wieder verkaufen. Ah, 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 ah. So. Drinnen stehen alle Feste und Geburtstage. Hilfreich muss ich sagen. So, dir könnte man eigentlich auch eine schenken, oder? Vielen Dank, meine Liebe. Das ist sehr rücksichtsvoll von dir. Und bitte gerne. So. Ah, ah, der Aufdruck ist schon weg. So, wie es ausschaut. Besorgungen. Hab ich die Besorgung angenommen? Nein, gar nicht. So, schauen wir mal. Da. Quest. Wertliche Erzeugnisse. Siehme. Fünfzig. Ah, Museum. Ozean. Okay. Was ist das da? Und für, für, für ein Tier? Wer hat der Schnellläufer? Den haben wir schon. Den haben wir, glaube ich, gespendet auch schon, gell? Ja, den kann man dann gleich verkaufen. Dann schauen wir mal da rein. Der hat ja offen. Meine Pfingstrosse hat mir noch. Die gebe ich mal ihr. Ah. Ich wollte es ihr ergeben. Das habe ich selber gegessen. Ah, einkaufen. Das heißt, wir brauchen... So, wieder. Wie viel habe ich jetzt? Acht, neun, zehn. So. Den, der, der. Den kann ich da nicht verkaufen. Dann haben wir, da, Pfingstrosen. Ah. Jetzt hätten wir dann da noch Blumenkohl. Aber der ist aber auch nichts billig. Dann verkaufen wir den. Okay. Also, ein bisschen was brauchen wir dann selber zum Essen. Ah. Nehmen wir da noch welche mit? Nein, ich glaube, ich habe noch Blut. Also, ich habe keine Kohle mehr. Okay. Okay. So, ich wollte wieder nach Hause. Und dann gehen wir auf. Das haben wir alles entleert. Den habe ich schon gespendet. Das kann man mitnehmen. Ah, der ist ja schon gespendet, oder? Ja. Wieso kann man denn da sonst nirgends verkaufen? So, gehen wir mal heim. Da kann ich ihn aber in die Kisten geben. Oh. Da kann ich ihn rein tun. Okay. Zurück. So, jetzt muss ich schauen, wie das da funktioniert. Da müssen wir sich kleinere Felder machen. Und den da da, kann man den etwa anders hin tun. Ich muss mir das besser anordnen. Das gefällt mir so alles nicht mehr. Aber ich muss das trotzdem da ein paar Sachen anpflanzen. Und zwar, da hätte man auch einen Blumenkohl. Wächst in zehn Tagen. Warte, braucht der verlangen. So. Ein Kompost. Ein Dünger. Haben wir keinen. So. Das ist ein Wuchz-Niveau. So, ich habe mal meinen D. So. Den haben wir doch noch. ein paar Pfingstrosen. Wie der da funktioniert? Ganz ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. So, da machen wir das eine Foto auf. Dann haben wir da Pfingstrosen. Mehr hat man nicht. Jetzt muss ich mich nicht da erinnern. Aber ja, da kann man welche herpflanzen. Jetzt machen wir es irgendwie und dann muss ich das alles ordnen. Es wird so viel, dass wir es wieder haben. So. Und dann müssen wir es natürlich gießen. Und dann müssen wir es auf gleich. So. Auf gleich die Föder ordentlich hinsetzen. Das ist so. Das ist so. So. Und dann. So, jetzt nehmen wir mal die Kisten, habe ich jetzt alles gewusst, ja, jetzt nehmen wir mal die Kisten, alle was wir haben, da sind keine hier drinnen, sind sie da drinnen, nein, wenn der wieder alle hingeht, der wieder da, und geht die einmal alle aufmachen, so, der muss ich noch, ah, da, der muss ich noch anpflanzen, der hat die Kisten da, und ich kriege was da drinnen ist, und die können wir mitnehmen, da hätte ich noch vier Dünger gehabt, was ist denn das, ein seitiges Fell, das ist zum Anbieten, das heißt, das muss ich oben ein tun, das ist da, ein Meersalz, das kann man essen, das ist da, kann man auch anbieten, das muss ich oben ein tun, und das Meersalz werden wir auch oben ein geben, das ist angeboten, okay, jeder da, angeboten, muss ich schauen, so, da, so, da haben wir, also da habe ich eh schon drinnen für den Tempel, da, angeboten, den kann man spenden und anbieten, ist er da, so, das kann man essen, angeboten, ja, ich tue nochmal da dazu eine, so, und jetzt schauen wir, so, eine, ich hoffe, ich finde den wieder, dass wir die Kisten da alle aufmachen können, und wir müssen schauen, was da alles drinnen ist, so, da hoffe ich glaube ich, oder, ah, da hoffe ich, da können wir glaube ich gerade rauf, ah, da weiter, da rein, okay, Okay, und den machen wir jetzt da herinnen auf. Mal schauen, was da drinnen ist. Ah, 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 grüß euch. Werkzeug aufwerten. Also, da kann man gar nichts tun. Wo sind sie? Ah, so, da tun wir mal aufwerten. Als erstes bin ich mal neugierig, was dort. Du hast nicht genügend Gold. Ah, du musst mir auch überall zahlen dafür. Das kann ich gar nicht aufmachen. Ja, alles muss mir heutzutage zahlen. Jedes mal irgendwo, so mal gratis. Nein, gar nicht. Bisschen muss man für über, für jedes Drum was bezahlen. Kann man da fischen? So, probieren wir heute mal, oder? Kann man da fischen? Schauen wir mal, was muss ich kriegen. Dann soll man runter, wieder in die, in den Ozean. Kriege ich den mit derer Onkel noch gar nicht raus? Ah, der geht, das geht doch gar nicht. Den kriege ich noch gar nicht raus. So, schaut her. So, da machen wir, können wir mal da durchhaufen. Und sammern wir mal ein paar Kleinigkeiten ein. Ah, da haben wir wieder Samen. Ah, da ist ein Pilz. Ich kann auch essen. Da liegen ein paar Kirschen. Ah, da komme ich nicht runter. Ich komme ihn da runter. Äh, 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 äh. Da muss ich da oben auch irgendwo durch mich kommen, oder? Schauen wir mal. Ah, ab und los, okay. Immer zu langsam. So, da. Und da. Okay. Da liegt sonst eh nichts mehr. Nein. Da waren wir schon, gell? Ist schon leer. Schauen wir mal da. So, schauen wir mal da durchhaufen. Immer die Seiten. Da hängt man kein Müll, oder? Genau. Was haben wir dann da um mich zu? Aha. Ah, ich habe da auch schon drei offen. Schönen-Tiere. Ah, das haben wir nicht. Da brauchen wir Fische. Immer nix. Da haben wir auch noch nicht fertig. Fertig, fertig. Sommer. Der Ozean. Ah, da brauchen wir Fünfe. Königsmussel. Da hätte ich nicht so ein Essen, da hätte ich spenden können. Und der hier da? Braucht man das irgendwo? Na, da einmal nirgends. Da. Na, da haben wir nur die Tiere da. Da haben wir nix. Ozeantiere. Da muss ich schauen, dass wir noch eine bekommen. Okay. Und was haben wir dann da? Schönen-Tiere. Einfache Handwerkerprodukte. Fruchtpflanzen. Wo sind sie? Ah, in Syba. Okay. Da Monster. Ah, das habe ich daheim. Das gibt... Ah, Fünfe habe ich da aber noch nicht. Zies Fleisch. Okay. Das heißt, zurück nach Hause. Wo ist das da? Ausblick. Die Farm. Auslernen. Hurtig wieder auslernen. Ah, das können wir wegtun. Das können wir wegtun. Die Kirschen kann man essen. Da kriegt man 50 davon. So. Da haben wir einen Pilz. Den haben wir da dazu eine. Den kann ich selber essen. Die Kirschen kann man essen. Äh, die gibt es 16 oder wie. Ah. Ja, viel zum Essen habe ich halt nicht. Kann ich mir nix zum Essen machen. So, schauen wir mal. Ah, F, 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 F. Da geht auch nix weiter. Da, da. Kann ich mir irgendwas zum Essen machen. Okay, 3. Okay, 3. Geht im Notfall? Ah, da. Brauchen wir Silbersetang. Den haben wir noch nicht. Schleimfalle. Algen. Und sie. Rumpen. Was ist das da? Ein Saft. Ein herstellbarer Duft, der die Wahrnehmung von Insekten am Boden verringert. Kann konsumiert oder an eine Falle befestigt werden. Was ist das? Ein Snack. Okay, Algen. Das haben wir ja noch gar nicht, oder? Da können wir einen zweiten. Ein Zaun. Da machen wir ein Glas. Was ist das da? Eine Chance, dass der Boden übernacht bewässert bleibt, wenn er mit Erde gemischt wird. So. Das probieren wir gleich mal aus. Und wie soll das dann funktionieren? Nur das auch nicht, oder wie? Ja, das sehen wir dann eh. So. Dann brauchen wir. Ah, da hätte ich noch zwei zum Pflanzen. Da haben wir was zum Essen. Den Mittel brauchen wir nicht. Das braucht man nicht. Das und das brauche ich auch nicht. Dann gehe ich runter. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Nein, ich hau mir schnell da irgendwo dazu rein. Und zwar da. Also das ist schon offen. Oder? So. So. Was sind's da? Und gleich mal gießen. Okay. Und wir verziehen uns wieder runter in den Ozean. Dass da was weiter geht. Schnellreise. Schnellreise. Okay, da oben. Genau. Ah, 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 ah. Ja, passt. Jetzt haben wir eh richtig. So, was kommt man auf die Schnelle? Wie viel kriegen wir von dem? 60. Okay. Das wäre die andere Stelle essen. So, können wir tauchen. So, willkommen. So, da. So, dann haben wir da oben. Gemein, was? Gemeiner Seestern. Sein Maul befindet sich unter seinem Körper. Okay. So. Zurück kommen wir da. Dann musst du wieder eine Kiste. Und wir haben keine Kohle zum Aufmachen. Bitte. Ich schau dir mal gut. Dann. Schauen wir da mal weiter. So, da haben wir wieder mehr Salz. Wieder Kisten. Oder eine Ruhe. Das ist nicht, wieso ich immer Kisten sage. Aber eigentlich ist es ja wurscht. Da kommen wir aufs Gleiche raus. Ah, da aktivieren. Da haben wir neun. So, und wo geht er jetzt hin? So, geht's so weiter? Darunter? Nein, geht nicht um mich. Dann können wir da weiter tun. So, ober. So. So, wo hat er weggekramt? So, ober, oder? Wie kann man da reinschauen, dass man weiß, wo man da ist? Ah, eh so. Und wo müssen wir sie dann da hinrichten? Höhle. Ist ja auch eine Höhle. Ist hier. Ja, dann machen wir mal das. Das ist echt noch fertig. Ist ja da? Da? Da haben wir was zum Ernten. Das brauchen wir dann. Da ist noch eine. Ach, da ist sie schon. Haben wir ja schon gefunden. Geht ja eh dahin. Ist ja da. Dann können wir das ein bisschen da auch noch mitnehmen. So. Ah, der ist da der Weg versperrt. So. Jetzt haben wir keinen Weg mehr blockiert, oder? Jetzt geht er da rüber, oder wie? Oder was macht er da jetzt auf? Okay. Kann man das mitnehmen? Nein. Wo liegt was? Alarm, Alarm. Ähm. Essen. Was hätten wir da noch zum Essen? Ah. Da hätten wir ein Küchen. Und da haben wir nur noch die drei. Ah, die können wir anbieten. Gell? Die werden wir nicht essen. Ja, irgendwas. Haben wir sonst nichts. So. Was hat er da noch? Und da noch. Mehr habe ich nicht mehr zum Essen. Auch nicht mehr. So. Mh, 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 mh. Nun haben wir wieder ein Salz. So, da sehe ich hier was. Was ist das? Ernten. Die kann man essen, oder? Yoga. Essen. Okay. Gehen wir mal da rauf fahren. Zehn hätten wir ja schon. Aber wir brauchen 20. Da. Jetzt hat man wieder ein Salz. Schau mal da rauf. Doppelter Seedang. Okay. Wieso ist der doppelt? Ein Schrott. Da haben wir auch einen doppelten Seedang. So, da. Wer ist denn da drinnen? Was ist das? So, schauen wir weiter. Lass uns den mal finden. Da. Da haben wir. Aha, jetzt habe ich nichts mehr zum Essen. Kann man das wirklich essen? Da haben wir halt auch nicht viel davon. Das, glaube ich, kann man auch essen, gell? Okay. 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 Kriegen wir gar nichts davon. So, da. Und da. Und da. Und da. Und da. Nein? So, wo bist du? Da runter? Ich sehe nichts mehr, oder? Nein. Und wo fehlt mir denn? Was ist da oben? Das wäre dann alles zum Aufräumen. Aber da? Die Bühne rum? Haben wir geschafft. Aber der Alarm ist wieder niedrig. Ach, schaffen wir das jetzt nicht mehr? Weiter aufmachen. Ja, ich habe... Da kann man... Kann man eine essen? So, probieren wir. Eine nur. Eine, glaube ich, brauchen wir. Ja. Und haben wir da hinten? Schaut man da wischen. Haben wir da wischt? Gut. Da hätten wir noch ein bisschen an See dann. So. Äh, da. So. Willst du, können wir essen? Ah, ernten. Wer bist? So, essen. So, bleiben wir noch ein bisschen. Vielleicht schaufen wir da noch ein. Es ist schon spät. Es ist Anna. Was ist da? Ozeanschnecke. Ozeanschnecke. Okay, dann ab nach Hause. Da müssen wir halt dann weitermachen. Der Alarm ist auch schon wieder niedrig. Abflug nach Hause. So. Wo steht das dann? Da oben. Schnell reisen. Und zwar nach Hause. So. So. Ah. Dann haben wir da. Den kann man essen. Da für den Tempel. Der hat schon gespendet. Den kann man... Da brauchen wir Fünfe. Okay. Da haben wir... Den kann man spenden. Und... Jetzt weiß ich aber nicht, wie viel das wir da brauchen. Damit es wenig geschaut. Den kann man verkaufen. Aber der ist schon gespendet. Ah, der da. So. Zurück. Auffindbar. Was tun wir mit dem da? Essen. Braucht man das sonst nirgends? Den tun wir spenden. Und angeboten. Schauen wir mal. Ah. Ah. So. Und an. So. Okay. Passt. Dann haben wir das Sedan. Und Kisten. Ah. Die da haben wir zu den unten dazu. Da haben wir. Da haben wir eine schnell Übertragung. Die ist da. Da kann man dann auch spenden. Die ist da. Weiß ich nicht. Ich glaube. Ah. Das sind die Flaschen da. Was man für den Tempel brauchen. Ah. Salz haben wir schon. Wie viel das wir da überall brauchen, das weiß ich jetzt nicht genau. So. Dann sage ich danke fürs dabei sein und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Gute Nacht.